hallo leute und herzlich willkommen zu dem video heute spielen wir mal fashion famous und jetzt müssen wir uns gleich mal umkleiden weil ich bin noch dazu gejoint also ja die zeit hat eigentlich schon lange angefangen und ja wir sollen uns einfach als fashion famous verkleiden also als keine ahnung wie man sagen soll so so wir suchen uns jetzt hier ein gesicht aus welches nehmen wir da ist das neben wir müssen uns entscheiden als wir müssen ein topmodel sein also was nehmen wir das hier sieht perfekt aus leute ich hab jetzt das hier genau also ja mal zu das oder wir leute wir müssen uns beeilen nur noch so wenig zeit das werde ich dann nicht mehr schaffen ich werde ich lieber nach joint nicht nach gesäuert wäre so einfach gewesen doch so die haare weg sagt die haare hin und dann hier zack nach machen und da hübsch so zack fashion famous so ganz hübsch leute wir werden ganz hübsch ja und leute ich wollte doch mal sagen schafft ihr es in drei tagen dass wir die 1000 likes knacken wenn ja dann seid ihr einfach super cool also da bin ich euch wirklich super dankbar dann kann ich mit euch auch den ersten live schatten machen und dann würde ich mich natürlich super freuen und ich ihr würdet euch ja wahrscheinlich vielleicht auch freuen weiß ich jetzt nicht könnt ihr auch mal in die kommentare schreiben ob ihr das auch mal so wollt oder lieber nicht und ja deswegen nein leute 5 4 3 3 leute ich habe gerade noch die hose bekommen wir sehen so halb okay aus aber ja wie gesagt new york usa willkommen zu der fashion famous show es ist zeit die besten outfit zu werden auf das wird schwierig zu gewinnen naja die erste ist die jana so wie siehst du denn aus kannst du bei mir alle punkte geben das ist unfair aber nein das werde ich nicht machen oh sorry ich wollte ihr zwei punkte geben aber ich habe die null gegeben oh gott wie sieht denn das aus also als fashion famous nee tut mir leid null sterne so die nächste ist polar 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 nicht das andere ja die sieht eigentlich ganz okay aus ich habe dir mal zwei sterne gegeben da sind wir doch mal mit Wow, die sieht auch schön aus. Da gebe ich 4 Sterne. Weil das Face sieht jetzt nicht so schön aus. Also das Gesicht. Die nächste ist zu Wuschka. Ja, ich finde das eigentlich schon schön. Mal gucken wir das Gesicht. Ja, ich gebe ihr 4. Leute, 4. Ich gebe immer 4. Also nicht jetzt immer. Weil 5 ist bei mir, da muss es wirklich richtig perfekt sein. Weil für 5 Sterne, da muss es wirklich sein. Deswegen geht das halt nicht. Und da kommt Roblox, wie wir in 12. Wuhu. Ey, yeah, hi. Und die Gewinner sind... Oh, warum haben wir nicht gewonnen? Ach, schade. Wir sind fast letzter Platz vor letzter. Jo, das war's, Leute, mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Soll ich beim nächsten Mal auch Fashion-Fan-Bis machen? Ja, bis bald. Tschüss.